. 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 Wir sind jetzt beim Thema Plagiate, oder? Beim Thema Sopter, oder? Plagiate, abschauen. Wir wollten auch mal einen Hit schreiben. Und da gibt es zwei Accorde, die braucht man, um einen Hit zu schreiben. Aus diesem Akkord. Die Popgeschichte gemacht, mehr oder weniger, sozusagen. Und bei Konzernen, die voll sind, das ist der Ding mit dem Sound, und das ist der nächste Worte, das ist der Ideal. Gibt es dann immer so ein fast viertelstündiges, vorhergehendes Medley, bestehend aus diesen zwei Akkorden. Ihr kriegt den sauren Dropdown, die ihr auf dem Gelände habt. Ich spiele mal meine beiden Background-Dones hier. Komm und geh uns. Den Background-Dones. An der Gitarre und am Gesang Jockel Koller. Applaus, alle Leute, Applaus! Von dem anderen Gitarre und am anderen Gitarre zu meiner Rechten, zu meiner Rechten, zu meiner Rechten... Genau, Meier! Und der Ander, das hat mir doch nie nach Forts gemacht, Fronten. um Untertitelung des ZDF für funk, 2017